Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Ich war heute im Kino und hab mir Dune angeguckt. Und ich möchte jetzt mal meinen Senf dazu abgeben. Das hier ist nur meine Meinung. Wenn ihr irgendwie der Meinung seid, es ist der tollste Film aller Zeiten, weil euch irgendwelche YouTube-Influencer das aufs Ohr schwätzen, weil sie viel Geld von entsprechenden Produktionsfirmen aus dem Werbebudget kassieren, dann ist das so. Aber bitte verschont mich damit, dass ihr mich irgendwie beschimpft oder beleidigt oder sonst was gegen mich sagt. Es ist nur meine persönliche Meinung. Ja und zwar müsst ihr folgendes bedenken. Es gibt ja den Originalroman, den hab ich gelesen. Es gibt die erste Version aus den 80er Jahren. Die hab ich, die kenne ich in und auswendig. Hab ich bestimmt schon fünfmal angeguckt. Schon damals im Jugendkino und später und weiß der Garriere. Und es ist immer so eine Sache, wenn man quasi, das ist ja jetzt ein Remake. Ihr müsst folgendes bedenken. Der Originalfilm, also der damals, die erste Verfilmung, der hat ja gefloppt. Obwohl sie so nicht schlecht ist. Also für damalige Verhältnisse war sie schon bahnbrechend. Das Problem war halt nur, dass man aus Kostengründen das ganze Ding in einem zweieinhalb Stunden Film irgendwie verfilmen wollte. Und dann hat man's fürs Kino, weil damals Überlänge halt unüblich war, nochmal auf zwei Stunden gekürzt. Das heißt, die Leute, die den Roman nicht kannten, die Erzählung an sich nicht kannten, die konnten der Story nicht folgen. Das weiß ich auch damals von meiner Frau. Haben uns den Film zusammen angeguckt. Sie hat so gemeint, ja, das ist alles irgendwie krass, aber ich kann der Handlung nicht folgen. Ich hoffe gar nicht, worum es geht in dem Film. Und das ist auch beim neuen Film teilweise so. Also, es heißt ja, oder es wurde unterstellt, der Dennis Renneuve hätte sich mehr an die Romanvorlage gehalten. Ja, das stimmt schon so ein bisschen. Aber so wirklich auch nicht, weil vieles davon ist einfach nur langatmiger erzählt. Das hast du ja heute bei vielen Filmen. Heute haben sie ja auch sowas wie Krieg der Sterne zum Beispiel. Das war ja mal ursprünglich ein 90-Minuten-Film. Und das haben sie ja jetzt so angereichert mit irgendwelchen Zwischensequenzen, so Scharnavs am Raumhafen, Trooper laufen von rechts nach links, Trooper laufen von links nach rechts und so weiter. Also, weil man ja halt mit den Schauspielern nicht mehr nachdrehen konnte dann. Später, als es CGI gab, hat man unglaublich viel CGI-Gedöns hinzugefügt. Man hat das alles sehr langatmig gemacht. Gerade zum Beispiel auch beim Hobbit. Der Hobbit wurde ja in drei Teilen als neuen Stunden-Film verfilmt. Ich hoffe, dass es da keine Extended-Version gibt, weil der Roman ist eigentlich ziemlich dünn. Also, es gibt unglaublich viel bei Hobbit. Das gehört da nicht hin. Und so ein bisschen ist es auch, also nicht so schlimm. Bei Hobbit ist es überextrem. Aber bei Dione läuft es halt darauf hinaus, es gibt unglaublich viel in dem Film. Das ist, wie gesagt, sehr langatmig. Und es gibt auch irgendwelche Szenen, die kommen im Buch nicht vor. Logischerweise, da ja, denke ich mal, die meisten von euch den Film noch nicht gesehen haben, werde ich nicht spoilern. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die bewerte ich einfach ohne, wie gesagt, ohne auf die Handlung im Detail einzugehen. Also, zum Beispiel die Musik von Hans Zimmer. Hans Zimmer ist ja ein preisgekrönter Kompositeur, Komposer. Aber ich finde die Musik schließlich nicht so geil. Also, der würde ich auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich ihr die Note 3 geben. In manchen Szenen ist sie übersteuert. Und sie trifft, also, weil, ihr müsst bedenken, bei so Filmen, bei so diesen Ethno-Atmo-Filmen, so wie Dione halt auch einer ist. Das ist ja ein Film, der spielt in einer anderen Welt sozusagen, die ja irgendwie so ein bisschen angelehnt ist an den arabischen Kulturkreis. Und das ist ja so ein Wüstenplanet. Und die Musik ist auch eine der Hauptkomponenten und Stilmittel, um Atmo zu erzeugen, um Stimmung zu erzeugen. Aber ich finde, wie gesagt, die Musik ist in manchen Szenen einfach überpegelt. Und irgendwie passt es nicht. Also, das ist die schlechteste Filmmusik von Hans Zimmer, die ich hergehört habe. Da würde ich ihm nur so 3 von 10 Punkten geben. Dann ist es so, die Kulisse. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem alten Film. Also, mir gefallen die Kulissen grundsätzlich nicht. Gar nicht. Bei den Arthriden gehen sie noch halbwegs. Man hat ja am Anfang den Planeten der Arthriden. Na gut, ich glaube nicht, dass ich euch da zu viel verrate, wenn ich euch das jetzt sage. Aber grundsätzlich ist die Arthrides-Kulisse, der gebe ich nur 5 von 10. Die ist irgendwie, die ist so einfallslos gemacht. So steht ihr dafür, dass man heute CGI macht. Und ja theoretisch irgendwelche CGI-Artists sonst was entwerfen könnten. Da wirkt das alles so, als hätte man da irgendwie Budget gespart. Also, der gesamte Film, muss ich auch dazu sagen, wirkt so, als hätte er Budgetdruck gehabt. So, man wollte es, weil ihr müsst Folgendes bedenken. Damals, dieser Produzent vom 83er-Dune, der Dino de Laurenti, der ist ja pleite gegangen an dem Film. Der hat ja ruiniert. Seine Filmproduktion war danach komplett pleite und ist nie wieder auf die Beine gekommen. Er hat ja richtig Geld investiert da rein. Und ich finde, seine Designs sind geiler. Ganz einfach, die Kulissen sind irgendwie geiler, sind stilvoller, sind viel cooler gemacht, dass die Kulissen in dem neuen, wie gesagt, den Arthriden gebe ich 5 von 10 und den Harkonnen gebe ich nur 3 von 10. Die sind richtig einfallslos gemacht. Da arbeiten sie viel mit Nebelmaschine irgendwo und es ist alles halt so dunkel, aber es ist so einfallslos. Ja, und grundsätzlich ist es auch so, also ich finde, die Harkonnen beim 83er-Dune oder 84er, die haben so eine ganz eigene Wertigkeit. Das sind für mich die geilst dargestellten Fieslinge der Filmgeschichte. Also es gibt ja da den Baron Harkonnen mit seinen komischen Pickeln, die er da hat und seinem Arzt, der ihm die ganze Zeit seine Hautkrankheit, der ist ja entstellt. Dagegen finde ich den neuen Baron Harkonnen, also rein von der Maske, von der Maske richtig schäbig. Das ist 1 von 10. Wenn der alte Baron Harkonnen einer der geilsten oder vielleicht sogar der geilste Filmbösewicht aller Zeiten war, so allein nur von seinem Ekelfaktor, versteht ihr? Er ist jetzt nicht besonders fies oder besonders krass, aber einfach nur vom Ekelfaktor, vom Abscheulichen, das er so verkörpert. Wenn er so der abscheulichste Filmbösewicht aller Zeiten ist, dann ist der neue Baron Harkonnen 1 von 10, 2 von 10. Richtig schwach. Richtig schwach, weil der Schauspieler, der ihn spielt, ist ein guter Schauspieler. Den kenne ich aus vielen Filmen. Richtig guter Schauspieler, aber seine Maske ist richtig arm. Da wurde auch richtig, richtig Geld gespart. Er ist irgendwie einfach nur dick. Das ist so. Der alte Baron Harkonnen, der war so richtig widerlich und ekelhaft. Und dann gibt er seine zwei Nebenfiguren, Rabban und Fate. Fate wurde ja gespielt von Sting und Rabban von uns unbekannten Schauspielern. Ihr müsst bedenken, der Original-Raban. Der ist irgendwie geiler als der neue. Der neue Rabban hat irgendwie Blast. Der alte Rabban, der ist richtig insane, wenn er so lacht und wenn er so frisst und wie er sich so wie ein Tier gebärdet. So was richtig erfüßig. Ich hätte sie quälen, ich hätte sie alle quatschen und wie er das so mit Inbrunst erzählt. Das hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Also die Harkonnen sind mega enttäuschend in der neuen Fiffel. Und auch Fate so als, also Sting von Sting damals gespielt als irgendwie schöner Fiesling so, der irgendwie so ein gewisses Sex-Appeal auch ausstrahlt. Bei den Harkonnen gibt es auch so Szenen damals, ich denke mal, das ist jetzt nicht gespoilert, weil es ist ja im alten Film, es kommt im neuen Jahr nicht vor. Da gibt es so diese Szene, wo so ein ein Jüngling quasi dem Baron zugeführt wird und es läuft irgendwie darauf hinaus, ich glaube, das haben sie weglassen, weil sich dann irgendwelche irgendwelche Gay-Aktivisten darüber aufgeregt hätten. Aber da gibt es dann so eine Szene, da wird so ein Jüngling zu ihm gebracht und der Baron kommt so angeflogen und zieht ihm so, er hat irgendwie so einen Stecker im Herzen installiert, der zieht ihm so diesen Herzstecker und er stirbt so richtig mies und schäbig und der Baron, der zerregt ihn irgendwie, da geht ihm richtig einer ab, so, das hat wie gesagt, das hat nochmal so eine, so einen großen und Ekelfaktor, der wird nirgendwo, in keinem, keine einzigen Szene in dem neuen Dune erreicht, also so, gut, ich kann es verstehen, aus politischer Correctness, ist ja schön und gut, aber ohne Scheiß, es gibt so manche Szenen in dem neuen Dune, da müsste man eigentlich die Szenen rausschneiden und müsste die Szenen vom alten Dune reinschneiden, dann wäre es der perfekte Film, weil gerade auch so der Anfang, also müsste ich vorstellen, es ist ungefähr der halbe Film, also der neue Dune, der erste Teil, ist der halbe Film vom alten Dune und gerade so der Anfang, die erste Stunde vom alten Dune, da gibt es irgendwelche Szenen, die sind für mich dramaturgisch und so vom Play und vom Cast und von der, von allem einfach irgendwie geiler gemacht, ich kann mir nicht helfen, das ist wie es, ich finde es nicht so geil, ja und dann ist noch die größte Schwäche meiner Meinung nach, also was ich schon kritisiert habe, als ich es das erste Mal gesehen habe, es hat ja geheißen, oh voll der geile Cast, der hat so viele gute Schauspieler gecastet, also ich finde, die Schauspieler vermeiden Dune viel besser, wobei, der Schauspieler, der Paul Atridis spielt die Hauptrolle, ich finde ihn ganz okay, diesen Charlemagne oder wie der da heißt, der ist okay, der Bub, der ist ein guter, solider Schauspieler, aber er ist jetzt auch nicht besser als der alte Paul, die Mutter von Paul, das ist eine extrem starke Schauspielerin, die damals die Rolle gespielt ist, so eine italienische TV-Schauspielerin, so als überbesorgte, narzisstische Mutter, in ihrer, ich werde jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst spoilere ich den Film, aber die war einfach viel geiler als die neue, Jessica, also die alte Lady Jessica war viel geiler als die neue, ja gut, der Herzog Leto, Jürgen Prochno ist jetzt nicht der Überschauspieler, aber war schon so, so ein Manneskerl irgendwie, so schon passend für die Rolle, aber war jetzt nicht der Überschauspieler, das ist dieser neue Typ, aber auch nicht, also, aber auch da finde ich den, den alten, den, den Prochno besser als den neuen, dann so diese ganzen Nebenrollen, also, was mich stört, was jetzt aber nicht unbedingt schlecht sein muss, das müsst ihr selber bedenken, also, ich finde zum Beispiel der Duncan Idaho in dem, in dem Original-Dune damals, ist ein ganz anderer Typ, also, der wird ja jetzt gespielt von diesem Schauspieler, der bei Game of Thrones Karl Drogo gespielt hat, ich mag diesen Schauspieler, ist ein cooler Schauspieler, aber, ich finde es ein bisschen störend, dass es ein total anderer Typ, Typ, Typ Schauspieler ist, der alte Duncan Idaho war ganz anders so, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, aber, ansonsten, es gibt unglaublich viele Rollen, die sind in dem neuen Dune nach meiner Meinung unendlich schlecht gecastet, gerade die Nebenrollen, also, die Hauptrollen, die gehen ja gerade noch so, aber, der Cast ist insgesamt viel schwächer und nämlich die Nebenrollen sind richtig schlecht gecastet, zum Beispiel, schaut euch mal, schaut euch mal den alten Teil an, dann schaut euch mal Peter de Vries an, der ist ja irgendwie so der Mörder und Intrigant am Hofe der Arkon, das ist ein tausendmal geilerer Schauspieler, der neue Peter ist unglaublich flach und eindimensional, oder auch der Tufi Harbert, der alte Tufi Harbert, tausendmal geiler, oder auch solche Leute, ja, der Dr. Huey, ja, okay, der neue Dr. Huey, der alte war jetzt nichts Besonderes, der neue ist auch nichts Besonderes, oder, zum Beispiel, Shoutout Mapes, das war früher, das war so eine viel, viel, viel mehrdimensionalere, geilere Schauspielerin als heute, da handelt keins, ich meine, diese Rolle wurde gespielt damals von Alec Guinness, einem extrem geilen Schauspieler, und es war ja nur so eine Nebenrolle, aber trotzdem, Alec Guinness war ein granioser Mime, und jetzt haben sie aus ihm eine farbige Frau gemacht, und nichts gegen die farbige Frau, aber erstens sind die Dialoge, und die farbige Frau an sich keine besonders gute Schauspielerin, und zweitens haben sie auch den Plot verändert, also ich finde den Original jetzt keins viel geiler, eine der geilsten Nebenrollen überhaupt, und jetzt ist es richtig enttäuschend, und nun so weiter, unsere Frage, sie haben unglaublich viele Nebenrollen, haben sich verändert, der Cast ist unglaublich schwach, also, na gut, das ist ja heute eh so eine Sache, Hollywood hatte meiner Meinung nach seine Sternstunde, so in den 80ern, und frühen 90er Jahren, da, 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 mit der Videothek, hatten wir ja richtig Geld verdient, und da waren die Filmproduktionen noch richtig aufwendig, das ist alles heute, das kommt so low budget mäßig rüber, also auch die Schauspieler, ich schätze nicht alle, aber viele von den Schauspielern, sind so low budget gecastet irgendwie, also ich finde den Cast nicht so geil, die Atmosphäre vom neuen Dune, ist nicht durchgehend stimmig, der alte Dune, hatte eine durchgehend stimmige Atmosphäre, von Anfang bis Ende, beim neuen Dune, wirkt auch gerade manches, was man so mit den Framen verfilmt hat, das wirkt teilweise lächerlich, da habe ich im Kino, und irgendwie Leute um mich herum, angefangen albern zu lachen, als sie das gesehen haben, also ich bin jetzt nicht so der Typ, ich wahre Contenance, weil ich es irgendwie affig finde, weil es lässt einen noch zusätzlich irgendwie aus der Story rausfallen, aber es war schon begründet, also stellenweise trägt, trägt die Atmosphäre nicht, das kann man nicht verallgemeinern, es gibt auch durchaus Abschnitte, die packen dich, die gibt es, ist gar keine Frage, der Film ist ja so nicht total schlecht, oder sowas, also, ist schon okay, kann man sich angucken, ich habe es jetzt auch nicht bereut, dass ich im Kino war, oder sowas, aber, ich kann es euch an dieser Stelle ja schon mal sagen, also, wenn ihr, es ist nicht wert, den Film im Kino zu sehen, weil auch die Spezialeffekte, es gibt ja so Filme, wie zum Beispiel damals Avatar, das ist ja eigentlich ein total dummer Film, aber für damalige Zeiten waren die Effekte einfach märchenhaft, leider Maßstäbe gesetzt, oder auch sowas, wie, sowas ich mochte als Film, obwohl die Story ziemlich dröge ist, aber allein von den Effekten, in der Schwerelosigkeit, mochte ich zum Beispiel Gravity, das war so ein Film, wo es sich gelohnt hat, die Effekte im Kino zu sehen, obwohl, wie gesagt, die Story, naja, naja, aber June ist kein Film, wo man unbedingt im Kino sehen muss, also den kann ich ja auch gut und gerne hier, auf meinem 126, seinen Meter Bildschirm gucken, das funktioniert für mich genauso, hab ich hier geile Boxen, tja, wobei, wie gesagt, die Musik finde ich eher nervig, also, der Sound bei dem Film, ist eher noch die größte Schwachstelle von allem, aber, die Atmosphäre trägt halt nicht, äh, das wird gegen Ende besser, so, so, die letzte halbe, dreiviertel Stunde, macht dann wieder einiges gut, wenn, 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 wenn so das Ende von dem Film, es geht jetzt nur um die Atmosphäre, versteht ihr, ich will euch nicht spoilern, oder, es geht auch nicht darum, dass irgendwas krasses passiert am Ende, oder auch nicht passiert, das will ich gar nicht damit sagen, ich sage nur, dass die Atmosphäre gegen Ende des Films, so, das zieht dich, wisst ihr, ist eine gute Erzählung, die zieht dich irgendwie so rein in ihre Welt, und, äh, bei June ist bei der Verfilmung halt so, bei der neuen, dass es nicht trägt, also, ich hab mir den Film angeguckt, weil ich, halt die Story kenne, und sie sehr geil finde, ich fand den Roman sehr geil, ich fand auch den alten Film irgendwie sehr geil, für damalige Verhältnisse, als, so als Jugendlicher, aber, der springende Punkt ist, wenn der, sagen wir mal, es gibt jetzt noch eine, noch einen, nachfolgenden Teil, wenn der auch so ist, wie der Teil, dann, brauch ich ihn nicht unbedingt, also, ich fände es jetzt nicht so tragisch, wenn es keinen zweiten Teil gäbe, wenn die Produzenten sagen, nö, tschau, sowas finanzieren wir nicht nochmal, ja, wie gesagt, weil auch, auch, auch gerade, sowas wie die Spannung, also, ich weiß nicht, wie es wäre, weil ich kenne ja die Handlung schon, ihr müsst auch überlegen, hab ich ja vorhin auch schon mal gesagt, es wurde ja behauptet, er hält sich viel mehr an die Romanvorlage, und so weiter, aber im Endeffekt, hält er sich doch sehr, sehr genau, auch an dieselbe Handlung, wie der 83er Film, es gibt irgendwelche Sequenzen, die haben sie sich ausgedacht, das sind vielleicht 10% vom Film, die kommen weder im Buch, noch in der 83er Version vor, manche Sachen haben sie auch anders gelöst, okay, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber, spannend ist der Film für mich, der ich ja die Story schon kenne, nicht, weil er wirklich überhaupt keine Überraschung bereithält, nichts davon, nichts davon ist für mich irgendwie überraschend gewesen, ich kenne es vielleicht, wenn du sowas wie Herr der Ringe gelesen hast, und dann damals, oh Peter Jackson, da kennst du ja auch die Story schon, aber trotzdem war es irgendwie, war es irgendwie cool, bei Dune, ja, ja, durchwachsen halt, also die Spannung, gar nicht nicht beurteilen, lasse ich mal aus, und dann ist auch so eine Sache, ich hatte mir irgendwelche, Actionsequenzen erwartet, also wenn ihr jetzt denkt, dass ihr in dem Film, irgendwelche krassen Schlachten seht, vergesst es, es gibt keine krassen Schlachten, es gibt irgendwelche Männer in Kampfanzügen, habt ihr wahrscheinlich auch schon in irgendwelchen Trailern gesehen, aber erwartet nicht zu viel, da haben ja irgendwelche Influencer aufgedreht, oh geil ist der Film aller Zeiten und so weiter, vergesst es, das ist nicht der geilste Film aller Zeiten, glaubt ihnen nicht, die werden geschmiert von der Filmindustrie, die kriegen Geld dafür, dass sie das sagen, das ist nicht der geilste Film aller Zeiten, also, dieser neue Dune hat für heutige Verhältnisse weniger Kultcharakter als der alte Dune, ihr müsst euch Folgendes überlegen, ich hab den alten Dune, ich hab's ja gesagt, ich hab ihn bestimmt fünfmal angeschaut, die neuen Dune schau ich mir auf keinen Fall fünfmal an, den schau ich mir noch nicht mal ein zweites Mal an, oder so, ohne Scheiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir den Film nochmal irgendwann ein zweites Mal anschauen werde, war ganz okay, aber dafür, was Hollywood hätte, hätte können, sozusagen, was es heute für Effekte gibt, was man mit CGI alles realisieren könnte, oder hätte können, ja, ist der Film, wie gesagt, der ist durchwachsen, der ist jetzt nicht, nicht schlecht oder sowas, aber der große Wurf der Kinogeschichte ist es auf gar keinen Fall, ja, so sieht's aus, nicht anders, ich kann mir nicht helfen, oder so, ich hab's aber auch schon irgendwie, irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl, oder so, ich hatte auch schon irgendwelche Kritiken gelesen, so bei der Zeit, und beim Spiegel, da haben sie das auch irgendwie gesagt, der Film ist einfach nicht so geil, ja, ist schon okay, aber ins Kino würde ich dafür nicht gehen, also ich, ich schreibe euch davon ab, ins Kino zu gehen, ihr könnt ihn euch, wenn ihr die Story mögt, und, und grundsätzlich Science Fiction Fans seid, so, dann könnt ihr euch den Film auf jeden Fall angucken, wenn er dann irgendwann bei Amazon Prime, oder weiß der Geier wo, gestreamt wird, könnt ihr ihn euch angucken, ist okay, aber ich würde jetzt noch nicht sehr viel Geld dafür ausgeben, also, weiß ich nicht, wie gesagt, der große Wurf ist es nicht, das ist das, haut rein, meine Zuschauer, haut rein, ,